Hallo und herzlich willkommen. Hallo ihr lieben Seelen, hier ist wieder Hans-Peter von Freiheit durch Wahrheit. Und ja, heute zu Gast habe ich einen ganz besonderen Menschen, eine ganz besondere Seele. Es handelt sich um jemanden, der Filme wie Packing from Mars oder Solar Revolution produziert hat. Und er ist ja nicht nur ein preisgekrönter internationaler Filmemacher, denn das, was für mich wichtig ist, für mich ist der entscheidendste Punkt, dass er in meinen Augen eine sehr alte Seele darstellt mit einem sehr offenen Geist und einem, ich nenne es mal, Blick für das Ganze. Deswegen schätze ich an den Beiträger auch sehr, weil er die gleiche Faszination wie ich und auch viele meiner Zuschauer wie euch teilt, nämlich die wahre Geschichte, zum Beispiel rund um Ägypten, umso mehr, die Spiegelchen der dunklen Matrix. Und er hat vor allen Dingen auch erkannt, dass es mehr gibt als nur drei Prozent Materie und dass der Geist über allem steht und die Kraft der Manifestation unseres Geistes wirklich wahre Berge versetzen kann. Wir sprechen heute über das Project Looking Glass, wir sprechen über die Phänomene von Zeitachsen, Spiegelflächen, ob sie auch gleich die Gegenwart beeinflussen können und schauen einfach, wo es uns gemeinsam heute hinführen wird. Für mich ist es so, dass die derzeitige Zeit zu bewerten ist, wie der Phönix aus der Asche sich jetzt erhebt und der gesamte Kosmos zu einem noch nie dagewesenen Bewusstseinsaufstieg aufzubrechen ist. Und alle Weichen sind gestellt, die können jetzt beschritten werden. In diesem Sinne herzlich willkommen, Frank. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Untertitelung des ZDF, 2020 Grüß dich, Hans-Peter. Schön, dabei zu sein bei dir. Ja, ich habe zu danken. Project Looking Glass, Frank. Ganz spannendes Thema. Ich habe vor zweieinhalb, drei Jahren schon mal einen Beitrag gemacht. Ich glaube, irgendwie um die 90, Beitrag 90 war das, über das Project Looking Glass. Über das, was uns erwartet, ob das Finale festgeschrieben steht oder nicht. Ob die dunkle Seite schon weiß, ob sie verloren hat oder nicht. Und momentan ploppt dieses Thema jetzt wirklich gerade aktuell sehr stark auf. Und ich begrüße das sehr. Und deswegen wollte ich da ganz kurz mit dir drüber sprechen. Das Project Looking Glass. Grundlegend. Was ist dran für dich? Ist es absolut realistisch? Ist es alles relativ gut untermauert, was da jetzt erzählt wurde? Wie würdest du das persönlich werden? Also ich bin vom Typus her immer jemand, der sich so eine Sache anschaut und versucht, statt zu sagen, das gibt es, das ist die absolute Wahrheit und so weiter. Ich nehme den Ansatz, dass wenn das Ding existiert, dann müsste es doch andere Bestätigungen dazu geben. Es müsste Hinweise geben, dass diese Technologie eine Basis hat, die in der Realität einfließt. Und man sollte eigentlich erkennen können, den Effekt von dieser Technologie. Und so scheue ich immer davon ab, irgendwie zu sagen, absolut das und absolut das, sondern ich präsentiere die Daten und Informationen, die ich finde, entweder durch Filme oder durch Webinar oder durch Vorträge und lasse die Menschen selber entscheiden, was sie davon halten. Für mich sind wichtiger fast als nur zu sagen, Looking Glass, eher zu sagen, was dabei ist. Also mit Looking Glass zum Beispiel, das Thema bei Looking Glass war immer Zeitlinien. Und das ist, was mich interessiert. Schon vor dem Looking Glass Thema war ich an solche Themen interessiert wie Zeitlinien. Ich habe dann im Laufe der Jahre mit Filmen machen, also Packing for Mars, die ich ja eh erwähnt, da habe ich Leute kennengelernt, Whistleblowers, Insiders und so weiter weltweit, die mich dann ein bisschen weitergebracht haben, ein bisschen einer Karotte gegeben haben, so hin und her geführt haben. Und ich kannte Looking Glass schon über Bill Ryan. In 2010 habe ich ja gedreht am Anfang, das fing ja 2010 an. Da habe ich auch Tonya Maidenford kennengelernt, meine derzeitige Produktionspartnerin. Und sie hat auch Informationen über Looking Glass. Und so hatte ich das im Hintergedanken schon seit mehreren Jahren. Aber es war eigentlich erst 2022, so zehn Jahre, nachdem ich mich mit dem Thema bekannt gemacht habe. Wir hatten auch Bill Ryan zu Gast für ein paar Wochen bei uns über New Year's und so. und hatten extrem interessante Gespräche und extrem interessantes Wissen, mit dem er uns beteiligt hat. Und nach zehn Jahren auf einmal, also vor zehn Jahren ist das Thema ein bisschen leise geworden. Es tauchte auch immer wieder ein bisschen auf. Es gibt so ein paar Videos, die so rumkursieren von Looking Glass Aussagen. Und dann auf einmal, vor einem Jahr, kam dann, war ich zufälligerweise auf so einer Forschungsreise, ein bisschen nachgeforscht und überhaupt ein ganz anderes Thema. Und da habe ich so runtergescrollt in irgendeinen Chat. Ich glaube, es war Telegram oder sowas, was ich selten tue, weil das ist ja ein Chaos eigentlich. Aber durch Zufall stand da irgendwas über Looking Glass Guardians. Und ich dachte, Looking Glass Guardians, was ist denn das denn? Ja, das muss ich mir jetzt anschauen. Da habe ich draufgeklickt. Ja, meine nächste Frage gewesen, genau. Ja, okay, wir können ja einfach hin und da. Okay, gut, perfekt. Aber da war so ein, da landete ich auf einem YouTube-Kanal, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde und da war sehr wenig los. Das war ganz, you know, wenige Besucher, wenige Anschau-Viewers, Views, wie man so sagt auf Englisch. Und ich habe mir, da fand ich zwei Videos dort, Textvideos und habe mir die angehört. Und dann hat das, das ganze Thema kam wieder zurück und das Hauptthema eben in diesem Botschaft ging um Zeitlinien. Und insbesondere ging es um zwei Polaritäten, zwei Zeitlinien. Und die Botschaft von diesem und die Leute, die diese Botschaft hinausgebracht haben, die haben sich bekannt gegeben als Militärinsider, die an dem Projekt in den 1990er beteiligt waren, von dem ich wusste, also ich wusste, dass es in den 1990er schon aktiv betrieben wurde. Es hieß Project Looking Glass. Aber sie waren eine Fraktion von Mitgliedern dieser Geheimgesellschaft, die die Daten erlebt hat und dachte, wow, das ist einfach, also die Botschaften waren so heftig, dass sie in sich selbst moralisch nicht gut damit umgehen konnten, das einfach so stehen zu lassen, ohne dass die restliche Welt davon was erfährt, weil es die ganze Welt, was sie gesehen haben, die ganze Welt betreffen wird. Und so haben sie sich ausgemacht, die Daten heimlich zu kopieren und abzuspeichern und haben eigentlich darauf gewartet, weil sie haben gesehen in diesen Botschaften, dass es in dieser Zeitlinienprognose zu drei möglichen Jahrgängen käme, wo die Informationen freigeschaltet werden würden. Und zwei von denen waren schon vergangen und nichts ist passiert. Und jetzt stand die dritte an, dieser Zeitpunkt, und sie dachten, okay, also wenn jetzt die anderen nicht kommen, dann müssen wir was tun. Und daraus entstand diese Botschaft. Und dann haben sie angefangen, mit diesen Botschaften per Textvideos das zu veröffentlichen. Und was mich daran interessierte, Hans-Peter, war eben, ja, die Zeitlinien und diese Polaritäten, aber sie haben gewisse Informationen dargestellt, die zu diesem Zeitpunkt entweder hochaktuell waren oder kurz, wir standen kurz vor dem Zeitpunkt, wo sie aktuell sein würden. Und eines davon war der Krieg in der Ukraine und was da passieren würde. Das andere war eine Zahl, die sehr signifikant ist zu vielen Leuten, die sich mit diesem Thema von Agenda 21 und BEF auseinandersetzen. 2030, 2030 halt. Und das dritte war das Thema mit Impfstoff. Ja, und gewisse Inhalte von diesem Impfstoff. Ich weiß nicht, ob wir das Wort überhaupt jetzt noch sagen dürfen, bevor die Gedankenpolizei kommt. Ich nenne das auf Englisch immer Beetlejuice, ja. Mach's doch genau so, klingt gut. Ja, diesen Beetlejuice, ja. Und sie haben Sachen erzählt, die mich, also es waren schockierende Botschaften. Und ich weiß, dass viele Leute, die solche Botschaften hören, besonders wenn sie negativ besetzt sind, es waren keine schöne Prognosen. Das war keine, oh, die Welt wird aufgehen, wir blühen und alle steigen in die pünftige. Es war nicht sowas, es war so ein Baf, also es kommt der Knaller und ihr müsst euch entscheiden und sonst ist es tot, ja. Also das ist tot, das ist tot der Menschheit, ja. Und das waren Botschaften, ich dachte mir, okay, mit dem kann ich natürlich gut umgehen, weil ich höre lieber eine, mir ist lieber, wenn mir jemand, wie sagt man das auf Deutsch, ein klares Glas Wein oder ein klares Glas Wasser eingießt. Das würde ich lieber haben, die Wahrheit, die bitter ist, als irgendeine sanfte Halbwahrheit, ja. Das nutzt mir nichts. Und ich kann mit diesen Themen natürlich gut umgehen, indem ich schon, seitdem ich sehr jung war, mich mit solchen Themen beschäftigt habe und irgendwie dann doch überlebt habe und gelernt habe, wie man damit umgeht und wie man trotzdem ein glückliches Leben führen darf und ein interessantes Leben haben darf, ohne dass man in die Depression absackt, ja. Und das andere ist, das wichtige Thema bei mir war Bewusstsein. Nein, weil ich wusste, dadurch, dass ich mit Dieter Bröhrs und dass Toni auch nicht mit Dieter Bröhrs Solar Revolution produziert haben und ich selber mit Bewusstseinthemen viel, viel nachgeforscht gelesen und so psychologische, philosophische Themen waren für mich, sind für mich sehr interessant. Und ich sah hier eine Möglichkeit, dass man das Thema Zeitlinien, diese dunkle Prognose und das Bewusstsein irgendwie integrieren könnte. Das ist alles miteinander zusammen. Ja, genau. Und das so zusammenfügen würde, um eine erwachsene Diskussion genau zu haben. Und die Looking Glass Guardians haben gemeint, okay, in ihren Botschaften standen, dass die Videos von vielen Leuten geteilt und verbreitet werden müssen. Wenn das nicht passiert, würde die dunkelste, negativste Zeitlinie eintreten. Und wenn das verbreitet wäre, dann könnten wir massenhaft mit der Bevölkerung der Welt einen Einfluss drauf nehmen und das wieder abzulenken und abzufangen und in einer positiven Richtung. Weil sie haben auch eine positive Zeitlinie aufblühen sehen in ihren Daten. Und deshalb wollten sie uns einfach beide zeigen. Und ich dachte mir, okay, gut, was könnte man da tun? Und ich habe sie sogar angeschrieben. Lass mich raten, diese beiden Zeitlinien, die dargestellt wurden, wenn wir uns zum Beispiel die Prophezeiungen vom schlafenden Propheten Edgar Cayce angucken und vielen anderen, dann kommen wir immer wieder zu dem Schluss. Genau das, was du gesagt hast, um dich ganz kurz zu wiederholen oder zu zitieren, diese Zeitlinien sind auch abhängig von der Verschmelzung oder dem, wie es ausgeht, von unserem Bewusstsein. Wir wissen alle, dass Geist über Materie steht. Wenn wir im Kollektiv, ich nenne es mal jetzt übertrieben dargestellt, weil dieses Wort ist leider sehr abgenutzt, aber es ist einfach so in die Liebe gehen und es wohlwollend miteinander, dann würden die Folgen oder das Tal, durch das wir schreiten müssen, bevor ein Anstieg wieder kommt vom Bewusstsein, wird es kleiner werden, das Tal. Es wird weniger Folgen haben, auch vielleicht kataklysmentechnisch oder Ähnlichem. Wenn wir aber mit unserem Bewusstsein so verdichtet sind, dass wir nur auf unserer 3D-Ebene festhängen und unseren materiellen Werten und diese kleinen 3%, wenn es überhaupt 3% sind, das ist ja eine fiktive Zahl, und die anderen 97% nicht beachten, also die Spiritualität, die wahre Spiritualität, die Weisheit, das Wissen, wenn wir das beachten oder nicht beachten, dann wird es natürlich schwieriger für uns werden, wenn nicht sogar dramatisch. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war vielleicht ganz einfach noch offen, okay, wie wird sich das Bewusstsein im kollektiv, im morphogenetischen Feld der Menschen entwickeln? Und wie, und das ist ja aus der Sicht der Guardians of the Looking Glass, mit ihrem Projekt, wenn ihr dieses Video nicht 1.000, 10.000, 100.000, 1.000, 1.000 Millionen Mal teilt, wird es schlimm. Aber mein Eindruck im Moment ist, dass auch noch nicht, oder dass auch noch viele andere Kräfte im Moment daran arbeiten, dass es gut ausgehen wird. Wir haben momentan ein Licht- und Schattenspiel, das in meinen Augen größer ist als die letzten Tausende von Jahren. Warum? Weil die Portale momentan so weit offen sind, dass teilweise karmische Pläne täglich umgeschrieben werden, die Seelenpläne offen liegen, und jeder von uns jetzt praktisch daran ist, seine, ich nenne es mal, zwölf Spiegelflächen seines eigenen Seins in einem Knotenpunkt zu vereinen und die höchste Essenz dessen darzustellen. Und dann würden wir es schaffen. Da gibt es eine kritische Masse für, die ich nicht genau kenne. Da kann ich nichts zu sagen. Aber so würde ich das jetzt interpretieren. Und das würde vielleicht diese beiden Zeitlinien erklären. Die eine ein bisschen blumiger, die andere vielleicht ein bisschen dramatischer. Wie siehst du das? Also ich sehe, dass wir, lass mich ein bisschen nachholen, ausholen. Also die Zeitlinien, die in dem Looking Glass betrachtet wurden. Und das sollte man vielleicht auch den Zuschauern sagen, dass das Looking Glass ein technisches Gerät war, mit dem die Betreiber dieses Gerätes Zeitströme beobachten konnten. Und sie haben festgestellt, nachdem sie es beobachtet haben, für Tage, Wochen, Monate, Jahre, dass das einen Zyklus hat. Und dieser Zyklus wiederholt sich dann nach 1000, also nach 1,76 Jahren wiederholt sich dieser Zyklus wieder. Sorry, 2,76 Jahren. Und in dem, als sie das dann festgestellt haben und anfingen zu dokumentieren, haben sie angefangen, mit Keywords und Computer das Ganze zu definieren, was passiert wann. Und dann konnten sie, weil es zuerst ein passives Gerät war, wo man betrachten konnte. Das war nicht, als ob du wie bei Edgar Rice Burroughs jetzt in irgendeinen coolen Autosessel einsteigst mit Hebeln und ziehst dann ab in die Zukunft. Nein, das war mehr so eine Plasma-Kugel, die durch gewisse Eigenschaften eine Qualität hat, dass es erlaubt, diese Zeitströme herzuleiten. Zum Gleichen war der Location, der Ort, wo dieses Gerät stand, zum zweiten Punkt sehr wichtig. Nicht nur technisch, sondern es musste an diesen Sweet Spots stehen, um überhaupt zu funktionieren, richtig zu funktionieren. Weil es gibt auf der Erde gewisse Sternentore, Stargates. Das sind so Kraftplätze, wo Anomalien passieren zum Beispiel. Es gibt die ganze Welt, gibt es solche Plätze. Und es ist deshalb auch nicht einzuschätzen, wie viele von diesen Looking-Glass-Geräten überhaupt existieren. Das ist eine Frage, die öfters kommt. Eine Antwort, die Dan Burish gab, war ungefähr 50. Aber das ist weniger wichtig. Was wichtig ist, ist, dass die gemerkt haben, dass zwei Ströme passieren. Und das haben sie gemerkt, indem die zwei Bilder übereinander überlappt waren. Das war wie bei Fernsehsignalen, das nennt man in der Technik Interlacing. Das heißt, um die Bandbreite zu minimieren, nehmen sie zwei Halbbilder und blenden die zusammen. Und das Empfängersgerät fügt sie wieder zusammen auf ein ganzes Bild. Nur in diesem Fall war jedes von den Halbbildern eine andere Zeitlinie. und man kam einfach drauf, dass wir parallel momentan auf zwei Zeitlinien existieren. Jeder von uns eigentlich. Weil es wird auch öfters gesagt, naja, jeder hat seine eigene Zeitlinie. Es gibt endlose, also unendliche Zeitlinien in der Welt, je nach wie viele Personen und so weiter. Und ich sage dazu immer, jein. Es gibt, ja, jeder hat seine eigene Zeitlinie, je nach wo du deine Entscheidung von Moment zu Moment hinlängst. Was du tust, ob du jetzt zehn Minuten früher oder später zu deinem Ziel gehst, wird eine Rolle spielen, was dich begegnet, das einen Einfluss nehmen kann. Aber trotzdem, damit wir miteinander irgendwie funktionieren können als Gesellschaft, haben wir uns auf gewisse Sachen vereinbart. Das ist die Konsens. Und die Konsenszeitlinie ist die Hauptzeitlinie, die wir betrachten, die jeder in unserem Umfang herum wahrnimmt. Und diese hat eine Tendenz. Und die zwei Zeitlinien, die parallel miteinander sind, repräsentieren nicht subtile, verschiedene Unterschiede, sondern eine repräsentiert tatsächlich, was man als die natürliche Ursprungsplanzeitlinie ist. Und die andere repräsentiert eine Zeitlinie, die manche nennen sie satanisch, luciferisch, transhumanistisch, künstlich. Und die andere ist natürlich. Und weder die natürliche noch die künstliche haben sich verwirklicht. Aber sie sind sehr, sehr nah dran. Und die kommen zusammen zu einem Punkt, wo sie kollidieren. Und das stand auch in den Botschaften von den Looking-Glass-Guardians, dass es einen Punkt gibt, wo eine wird gewinnen, quasi, wenn man dieses Wort nehmen will. Eine wird sich durchsetzen. Kennt man den Punkt, den Zeitpunkt? Na ja, der Zeitpunkt, den Sie gegeben haben, war natürlich dieses 2030-Jahr. Ja, okay. Aber ich bin jetzt nie an Zahlen gebunden, war noch nie, war noch nie an solche Sachen. Auch die, du hast ja, you know, andere Propheten und so weiter schon erwähnt. Die Zeit, die Zeitprognosen stimmen irgendwie nie. Die kommen irgendwie in einem Zeitfenster. Aber man kann, was mich interessiert hat, okay, wir kommen zurück auf diesen Punkt, was mich interessiert hat und was eigentlich damit ausgesagt wird, ist, dass dieser Punkt, den man überschreitet, wird entscheiden, welche sich durchsetzen wird. Weil da geht es um die Mehrheit. Die Mehrheit der Seelen, die jetzt hier in der Erde inkarniert sind. Jeder von uns hat eine Frequenz. Und jeder von unseren Gedanken gehen in Resonanz mit anderen um uns herum. Ja, das kann man im Kleinen sehen, wenn du zum Beispiel in deiner Familie wohnst und lebst oder Tiere hast, ja, mit denen du nahe dran bist und agierst. Du gehst in Resonanz mit denen und die spüren dich. Ja, man spürt sich gegeneinander. Man hat eine gewisse Basis-Vibe, you know, so ein Grund, Fundament in seiner Nahumgebung. Und das verbreitet sich natürlich auch aus auf Freundenkreise und von Freundenkreise auf die Lokalität und das zu Nationalität und so weiter, ja. Aber im Prinzip, wo man am meisten spüren, ist natürlich in unserem nahen Umfeld. Nur, wie wir in Resonanz treten mit der Zeitlinie, hängt davon ab, was für Qualität von unseren Gedanken wir haben. Also was für Frequenz, weil unsere Gedanken haben auch eine Frequenz. Und wenn wir uns mit den Themen wie Angst, das ist eins der Hauptthemen, statt Liebe, Angst und Technik und wir uns lassen verführen von diesen Versprechen, von der, sagen wir mal jetzt, satanischen, transhumanistischen, mechanischen Zeitlinie, dass es so geil sein wird, wir werden, you know, unsterblich werden, you know, wir werden den menschlichen Genom, you know, erweitern und verbessern und dann sind wir Götter, ja. Und das ist sowas von verlockend, dass sich ganz viele Leute dahin ziehen lassen und die stehen in Resonanz mit diesen Gedanken. Und wenn sie nicht hinterfragen, wo kommen diese Gedanken her und bin ich damit einverstanden, wirklich? oder überhaupt, wer bin ich denn eigentlich? Das ist eigentlich sogar eine Vorgänger, you know, Gedankenfluss, wer bin ich und mit was gehe ich in Resonanz? Wenn sie nicht drauf kommen und sich einfach ziehen lassen, dann wird diese Masse einfach die ganze Zeitlinie mit sich reißen oder sie will das auf jeden Fall tun. Und die Verwalter von dieser, you know, von diesem Konzept, von dieser Zeitlinie, dahin wollen sie uns auch lenken und das ist ja ihre Absicht. Und die andere Zeitlinie, wenn man davon abbricht und in dieser Ursprungsplan-Zeitlinie landet, das ist natürlich ganz konträr, weil das ist komplett nicht mechanisch, sondern komplett biologisch. Wir haben einen Bio-Computer, wir haben Bio-Hardware und wir haben sie noch gar nicht wirklich ausgeschöpft in dem natürlichen Sinn, genau wie die Transfeministen es noch nicht geschafft haben, ihren Geist und ihre Gehirne in Roboter zu implantieren. Das ist ihre Fantasie, da wollen sie hin. Wo wir hinwollen, in der natürlichen Zeitlinie, ist die Verwirklichung von dem ursprünglichen göttlichen Plan, uns als Schöpferwesen zu verwirklichen, die wir noch nie geschafft haben auf der Erde. Und eben diese Zeitlinien, wenn sie aufeinander knallen, das wird natürlich bestimmen, wohin wir gehen. Und diese Zeit ist entweder 2030, wie du schon fragst, oder, also es gab ja, ich habe ja neulich mit Dieter eine Überraschungszeitlinie dargestellt auf seinem Programm. Das hat ihn natürlich ein bisschen, glaube ich, verwehrt oder verärgert. Er musste sogar ein Nachholvideo machen, weil viele Leute waren da nicht mit einverstanden. Weil da ging es um Tage, den 8. und 9. November 2023. Weil diese Gruppe Tantri Ahura, sie haben dieses ausgerechnet. Und für sie war das der Zeitpunkt, wo die Verkörperung von den Engelswesen, die hochschwingende Erweiterung von unseren Wesen, die schwingen ja auch mit. Und du hast es ja ein bisschen schon vorher angeredet. Da wirken ja andere auch mit. Es sind ja nicht nur wir, sondern wir sind ja durch unser erweitertes Sein verbunden mit anderen höheren Dimensionen und dementsprechend auch mit anderen Wesen. Ob das jetzt wir selber als höheres Wesen sind oder ob das andere Wesen sind, externe Wesen, die mit uns zusammenarbeiten, ist fast egal. Im Prinzip müssen alle mitmachen, damit es funktioniert. Ja, und ich glaube, dieser Showdown, den spüren wir alle. Ich glaube, jeder von uns spürt den. Okay, und ich lasse dich mal ein bisschen reden. Alles gut, alles gut. Wir können auch drei Stunden sprechen. Ich höre dir gerne zu. Ich wollte noch kurz nochmal zwischenfunken bei dem einen. Und zwar Weißt du, das ist so, diese zwei Zeitlinien, die aufeinander prallen und dieses eine Datum, das kann Jahre vorher, das kann vielleicht sogar auch ein paar Jahre später sein. Ich glaube, ich sehe das auch so, weil auch wenn du Botschaften kriegst, mit der Zeit gibt es öfter ein Problem. Nicht mit der Qualität der Botschaft an sich. Und die dunkle Seite, die finstere Seite, ich sage es mal so, macht Angebote. Und es ist immer der Weg des geringsten Widerstandes. Angst ist ja der Antagonist zuliebe und das ist ja der Punkt, mit dem sie uns klein halten. Und jetzt hast du gesagt, sie machen Versprechungen, wir werden alle wieder Götter, wir kriegen was, wir werden unsterblich. Und das Interessante ist, ich halte das trotzdem auch auf der nichten Seite für machbar. Das ist das Interessante. Die Versprechungen der dunklen Seite, sind dafür, dass du einen Preis zahlst, dafür, dass du es bekommst. Aber dieser Preis ist nicht, dass du es aus dir selbst heraus schöpfst, dass du an sich selbst Schöpfer wirst, sondern du gehst ins Restaurant und bestellst. Und dafür zahlst du einen Preis. Und das ist das, was die dunkle Seite macht. Das Problem mit der dunklen Seite ist nur, sie sind keine Schöpfer. Sie sind, sie haben nicht die Schöpferkraft in sich. Deswegen brauchen sie die Angst. Sie brauchen die Manipulation, sie brauchen die Technik, sie brauchen Mechanik, weil sie können auf natürliche Weise diese Dinge nicht darstellen, weil sie den göttlichen Funken nicht in sich tragen oder ihn aktivieren können. Das erlaubt die Energie nicht, weil sie nicht mit dieser schöpferischen Resonanz in Resonanz gehen können. Man kann es nicht anders sagen. Das heißt, um das mal jetzt sozusagen, wie es Jesus gesagt hat, tut es mir nach und tut noch viel Größeres. In uns steckt ja als Schöpfer so unendlich viel, dass wir in der Lage wären, wirklich mit dem Glauben Berge zu versetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das erfordert aber Selbstreflexion. Das erfordert Eigenermächtigung. Das erfordert die Kontrolle wieder über sein Leben zurückzuholen und nicht in einem in loco parentis, also Vater Staat und Mutter Kirche Konstrukt zu leben, die genau auf diesen dunklen Manifesten aufgebaut ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in der heutigen Zeit für die Menschen daraus zu erkennen. Jetzt ist die Zeit, in der wir alle vor unsere eigenen Haustür kehren müssen. Wenn wir da mitgehen wollen und diese Zeitlinien aufeinander prallen, dann können wir nur in die positive Affinität gehen, indem wir wirklich an uns selbst arbeiten, unser Bewusstsein auch erhöhen. Und dazu ist Selbstreflexion und Eigenermächtigung und damit auch Verantwortung wieder zu übernehmen einer der ganz, ganz wichtigen Aspekte, wie du schon gesagt hast. Das halte ich für sehr, sehr interessant. Auf diese Geschichte 8.9. November, da kommen wir gleich nochmal. Ich habe die Videos auch gesehen von euch. Und ganz ehrlich, als das erste Video rauskam, fand ich, saß ich da und wir hatten auch in der Runde bei uns abends diskutiert darüber mit ganz vielen Leuten, die schon relativ weit sind. und wie ging damit nicht in Resonanz mit eurem Video? Mit dem Inhalt schon, aber nicht mit dieser damaligen Botschaft an dem Tag. Weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass jetzt die hexagonalen Muster alle satanisch sind oder die bösen waren und das oktagonale Muster, dass das Zwölferfraktal in Zukunft das Ein und Alles sein wird. Weil wir sind ja noch mit einem Fuß in der alten Welt. Wir sind ja noch physisch aufgebaut. Wir sind ja noch aus diesen Lebensbausteinen aufgebaut. Und damit brauchen wir im Moment auch noch diese hexagonalen Strukturen, weil darauf das Leben aufgebaut ist. Ich glaube eher, dass beides nebeneinander existiert oder existieren soll. Und dass wir jetzt aber eine Entdeckung gemacht haben, die wichtig für die Zukunft sein wird, weil die oktagonalen Muster in der Zukunft viel wichtiger sein werden, vielleicht aufgrund der kosmischen Bewusstseinsanhebung und diese Qualität jetzt mehr rein spielte. So habe ich das jetzt an dem Tag betrachtet. Ja, ich wollte auch nicht in irgendeiner Weise sagen, dass am 8. und 9. jetzt boom, irgendwas passiert. Ich glaube, viele Leute lesen Sachen rein, die ich gar nicht gesagt habe in diesem Sinne. Und ich sehe auch so, wie du sagst, also das ist, und ich habe auch am Folgewochenende bei einem Kongress, habe ich eine, über sakrale Energie, eine Geometrie, einen Vortrag gegeben mit Bezug auf Zeitlinien, Looking Glass und dann habe ich dieses hineingezogen und da saßen Geomet, also dann saßen Mathematiker dabei und haben sich das angehört und wir haben auch darüber gesprochen. Und sie haben das auch so gesehen, dass beide gewisse Eigenschaften haben und nur, weil das eine so schwingt und das andere so schwingt, heißt es nicht, dass sie zusammen das ganze Bild machen miteinander und die Informationen, die herausgebracht wurde von dieser gewissen Gruppe, es gab ja auch einen Folge Beitrag zu dem, der mir zugeschickt wurde. Ich habe ja gute Aufklärung gemacht nochmal, genau. Genau, und das ist wirklich, es geht wirklich genau in der Richtung, egal wie du es beschrieben hast, dass diese Okta-Schwingung mehr und mehr, also die zwei waren ja eigentlich schon die ganze Zeit nebeneinander und in dieser Skizze, die gezeigt wurde, sieht man sie aufeinandertreffen und dann wieder auseinandergehen und das bedeutet, dass die Leute, die auf dieser, jetzt diese Hexer-Schwingung, das ist diese technische Schwingung, das ist dieses, die Mathematik der Bausteine der Welt, ja, und die da noch hängen bleiben, die werden mitgerissen weiter an diesem Pfad und die anderen, die in diese Okta-Schwingung gehen, die auf Zwölfer basiert, die trennen sich langsam auseinander und irgendwann wirst du die anderen nicht mehr wahrnehmen oder erstmal weniger wahrnehmen und schlussendlich dominiert dann wieder eine und das hat für mich auch viel Sinn gemacht, weil ich sah das immer schon so, dass Zeitlinien waren so wie, du stehst am Bahnhof und steigst in einen Zug und alle Züge sind nebeneinander und die fahren los. Lange Zeit siehst du noch alle und irgendwann mal fangen die Schienen auseinander zu gehen und dann siehst du die anderen Menschen gar nicht mehr, aber die sind dann weg und so ist das für mich irgendwie immer so ein bisschen ein klares Bild gewesen, dass da wird keine Aktion an irgendeinem gewissen Tag passieren, das ist nie so. Es geht wirklich hier um jeder von uns selbst muss entscheiden und ich glaube dieser Tag dieser Achter, Neunter der repräsentierte dieser Tag der Entscheidung fast. Er hatte eine ganz besondere Energie. Ich muss sagen, dieser Tag so viele Leute haben mich angeschrieben, Hans-Peter, die haben gesagt, für mich war dieser Tag, die haben nicht mal gewusst, dass ich dieses Video gemacht habe, die haben mich dann später angerufen, du wirst es nicht glauben. Ich habe dann gesagt, welcher Tag war das? Und dann genau, Mittwoch oder Donnerstag oder in der Nacht zum Mittwoch und Donnerstag und Leute haben mich geschrieben und gesagt, sie wachten auf und vier Uhr morgens, denen ist das noch nie passiert, sie hatten plötzlich Visionen und solche Sachen, ja, also ich glaube, da war schon was, ganz Besonderes und ich wollte das eigentlich nur in den Raum stellen und zu sagen, hey Dieter, du redest über das und das und das und letzte Woche spielen mir doch glatt drei Leute ein Video vor, das ich schon vor eineinhalb Jahren mal gesehen habe und die, es gibt keine Zufälle, weißt du, das sind Coincidences, die sind bestimmt und deshalb habe ich es mal in den Raum geworfen und gesagt, schauen wir uns das mal an, wie gehst du damit um, ja, und mehr nicht, ja, mehr nicht, das war das wichtige Thema zu besprechen und nicht zu sagen, you know, dass das jetzt irgendwie das Ende sein wird von einer gewissen Eigenschaft und so weiter, aber ich glaube, du liegst das schon richtig, weil ein anderes Thema, das hochkam, eine Woche zuvor, war ich auf einer Show mit meinem Freund John Nolan auf Inspired und wir haben das Thema synthetische Synchronicität angesprochen, ja, und in diesem Thema, da geht es wirklich um, viele Leute haben diese Idee, dass wenn sie Synchronicitäten erleben, dass es eine Bestätigung ist von irgendwas, ja, und viele Leute heutzutage haben sogar ein Gedanke und innerhalb von Sekunden verwirklicht sich oder widerspiegelt sich durch dieser Gedanke irgendwie in der Außenwelt, durch eine Händelbotschaft oder auf dem Browser, wir kennen ja alle, wenn wir auf Facebook oder irgendwas oder wir shoppen irgendwo online bei Amazon oder wie auch immer, ja, dann kriegt man die Werbungen auf einmal zugeschüttet, weil diese Algorithmen sind gebaut und so wird auch die künstliche Intelligenz eingesetzt, um dir diese Botschaften für Sachen zu geben, die du vielleicht kaufen würdest oder die du suchst, aber wenn du nichts, das Schräge war, das ist mehr und mehr, was passiert jetzt, ist, dass Leute nicht mal eine Tastatur anfassen, die bedienen kein Handy, sie denken es einfach und zack, da ist es, ja, und warum passiert das? Wir haben auch tausende von Berichten, durch mein letztes Buch, die Jesusbrüder, auch wir haben Menschen, die Erlebnisse mit uns geteilt haben, tausende von Kommentaren, die sich gar nicht getraut haben, das ihren Kollegen, Verwandten, Familienmitgliedern zu erzählen, weil sie es für so verrückt halten, aber es spiegelt sich momentan tatsächlich wieder, dass alle Tore offen sind, ich sage immer, die Hallen von Amentis sind sperreweit offen, das morphogenetische Feld ist größer denn je zuvor und zwar in der Form, dass viele Siegel brechen und viel mehr Wahrheit ans Licht kommt und auch als ihr das Video gemacht habt, das ist so abgefahren, am 8.9. tatsächlich dieses Datum in der Nacht, hatte ich tatsächlich eine Botschaft, eine Riesenbotschaft bekommen von Moses und Ramses, es war total irre, total plastisch, was da passiert ist und dann habt ihr dann, oder du hast eben gesagt, bei dem oktagonalen Muster, dieser Kristallspirale, ich blende das Bild nochmal von unseren Zuschauern später ein, einfach, wenn ich das Video schneide, die Zwölf zugrunde vom Fraktal her und das war ein erleuchtender Moment für mich, Frank, das war einer der erleuchtendsten Momenten der letzten Monate. Ganz ehrlich, ich habe über die Zwölf so viel Abhandlung geschrieben in meinen Büchern und ich wusste, dass auch die antiken Völker und die uralten Kulturen alle über dieses heilige Wissen informiert sind, auch über dieses Fraktal. Nicht umsonst sagt man, dass Jesus zwölf Jünger hatte, gerade wie viel Jünger Horus hatte, er hatte auch zwölf. Wir teilen den Tag in zweimal zwölf Stunden, nennen es die Aua in Englisch, also nach Horus geweiht und Sunset nach Seth im Ägyptischen heute noch. Wir hatten die zwölf Stämme Israels, Ismaels, mit zwölf erhielt Horus sein Auge zurück, Jesus wurde eingeweiht. Für mich ist es so, dass jeder zwölf Seelenanteile, Seelenaspekte in sich trägt, die er sogar teilweise zeitgleich inkarnieren können. Es gibt bis zu zwölf Spiegelflächen der Zeitlinien, das heißt nicht zwölf Zeitlinien an sich, sondern zwölf Spiegelflächen, soweit ich weiß. Wir haben die zwölf Ritter der Tafel runter, wir könnten unendlich fortfahren. Diese Zahl ist nicht umsonst, schon seit Jahrtausenden im Glauben, in den Kulturen wirklich aller Völker, von Nord-Südamerika bis nach Indien hin eine heilige Zahl, weil sie genau wissen, dass das die Zahl ins Leben ist, mit Gott verbindet und dass das die Schöpferzahl sein wird. Und nachdem du das mit dem oktagonalen Muster erklärt hast und den zwölfer Fraktal, ich habe mir auch diese englischen Videos dann auch angeschaut, muss ich sagen, wirklich erleuchtende Momente und ich habe mich da so wiedergefunden, ich gehe sogar so weiter und sage, aus der zwölf entsteht letztlich die 13, weil wenn man die zwölf Spiegelflächen nimmt, auch die zwölf Seinsebenen des eigenen und die Essenz zusammenbringt, hat man einen Knotenpunkt, der daraus entsteht, die Essenz und das ist dann die 13, das ist der Folgeschluss, der entsteht, aber die zwölf ist die Voraussetzung und ich glaube, da kann, Kosmos ist ja mit Mathematik erklärbar, alle kosmischen Gesetze sind mit Mathematik erklärbar, wir sind ja in einem Spielfeld, in dem nicht nur sieben hermetische Gesetze existieren, sondern auch viel mehr und das hat es für mich wirklich sehr, 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 sehr spannend gemacht, ja, als du das erwähnt hast mit der zwölf, mit Dieter zusammen. Ja, und ich habe, ich fand es auch sehr interessant, wie, wie sich die Fibonacci-Zahlreihe aufbaut, also dieser Vergleich, ja, statt eine Verdopplung, und wenn man eine Verdopplung in die Ewigkeit zieht, dann baut sich eben dieses Fraktale auf, das von, immer im Gleichgewicht aufgebaut wird, immer halbiert, halbiert, und wenn man aber die Fibonacci-Reihe anschaut, wie erreicht man die nächste Zahl in der Reihe, und das ist das, dass man die vorherige Zahl nimmt, man zieht die vorherige Zahl zu sich, und es wird so ein bisschen parasitär so beschrieben, um dann die nächste Zahl zu generieren, man nimmt das Leben von dem anderen und dann das nächste zu bauen, ja, und, in der Stadt, gleich nebeneinander zu stehen, die nächste zu bauen, und das hat auch eine sehr, sehr prägnante Symbolik für mich auch gehabt, das hat bei mir so eingeleuchtet, und das andere, was da in dieser Woche zu mir kam, war eben dieses, diese, die, der Ursprung von der künstlichen Intelligenz, ganz viele Informationen sind plötzlich in einem Zeitraum von ungefähr zwei bis drei Wochen, erhielte ich so viele Einleuchtungen und interessante Informationen, die sich auf das Looking Glass noch weiter aufgebaut haben, die mit künstlicher Intelligenz zu tun hatte, wo ich mir dachte, Mann, es ist genial, weil, also, auch die Fibonacci-Sequenz, sie ist einfach genial, muss man sagen, ja, diese Hexasysteme, die sind, also, wenn du jetzt ein Satan, ein Lucifer oder irgendwie, eine dunkle Seite wärst, du hast keine Schöpferkraft, aber du bist trotzdem extrem intelligent, und du kannst die Schöpferwesen ausnutzen, um für dich das zu verwirklichen, was du nicht kannst in der physischen Materie, aber du willst sie nicht zu weit gehen lassen, was würdest du tun, du würdest die natürliche Sache so emulieren, dass sie fast unverkennlich ist mit dem Natürlichen, und so sieht ja die Fibonacci-Sequenz neben dieser Kristall-Spiral-Sequenz aus, die läuft ja in dieser Skizze lange, lange Zeit parallel, man kann wahrscheinlich, die sehen fast identisch aus, ja, und der Axel Klitsky hat für mich nachträglich ein paar Dokumente zugeschickt, wo er sagte, du kannst auf jede Zahl die Fibonacci-Sequenz ein, also sehen, denn jede einzelne Zahl beinhaltet die Fibonacci-Sequenz, so genial ist das Ding, das heißt, wenn du eigentlich die, das Volk verführen willst, dann müsstest du schon ein System, ein Gerüst bauen, das unverkennlich war, zu auch den klügsten Menschen, die würden sich einfach nur dieses Muster anschauen und sagen, wow, was für ein Wunder, schau die Natur an, ja, aber ohne drauf zu kommen, dass es noch eine andere Sequenz geben könnte, die langfristig zu dieser Verwirklichung kommen würde, ja, ja, du siehst es ja hier, ganz oben trifft sie genau auf den Punkt, ja, genau, und das ist, dahin wollen wir ja hin, und wenn wir uns Gedanken drüber machen, dann ist das Interessante, dass du wirst dann nicht mehr gefangen, weil du siehst dann, wenn du anfangst, die Realität zu hinterfragen und diese, diese alte Struktur, was auch, wenn jetzt die Fibonacci-Sequenz, die, die herkömmliche, alte Matrix symbolisiert, dann hilft es dir ja, wenn du das anfangst zu betrachten und zu analysieren und zu sehen, wo liegt das falsch und dann musst du aber dein Herz einsetzen und dein internes Looking Glass, was ich die Zirbeldrüse nenne, das verbindet dich ja an dem ganzen Matrix vorbei mit der Quelle und wenn du damit anfängst, mit Herz und dieser Quellanbindung zu agieren, dann, dann spürst du einfach, was nicht mehr richtig, was ich für nicht mehr richtig, wie sagt man das auf Deutsch, was einfach nicht mehr richtig spürt, wie richtig spürt für dich, es spürt irgendwas, ist da falsch, ja, und dann passiert auch was mit dir, ne, dann passiert auch was körperlich, dann passiert was mit dir, das heißt, du drängst, wie du sagst, das ist ganz wichtig, die Botschaft, deswegen, ich habe mich ganz kurz unterbrochen, Entschuldigung, weil ich halte das für ganz elementar, was du gerade gesagt hast, du fängst mit dem Herz an, das heißt, Körper, Geist und Seele, Geist und Seele müssen erstmal im Einklang miteinander, Solarplexus, Herz, im Bewusstsein, in das 5D gehen wollen, ist annehmen, diese Frequenz, wie ein Radiosender, darauf einstellen und dann passiert aber auch im Körperlichen etwas auf dieser Achse als letzte Schlussfolgerung, du kannst nicht umgekehrt gehen, du kannst nicht über Körper gehen und dann in Geist und Seele, du musst von oben rein und dann wird es sich auch im Körper manifestieren, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft, glaube ich, die du da gerade gesagt hast. Ja, weil unser Herz hat auch ein eigenes Gehirn, das wissen viele Leute nicht und dieses Gehirn ist aktiver tatsächlich als das menschliche Gehirn. Das menschliche Gehirn ist größer oder so groß wie ein Herz zum Beispiel, aber wir haben einfach ganz viele mit dem Cerebral Cortex, mit dieser grauen Materie haben wir viel Speicherplatz, aber die Aktivitäten im Gehirn, also die Denkzentren, die Kontroller, genau wie Manry P. Hall sie nennt oder Descartes. Descartes hat diese Kontrolleure genannt. Im Herz hast du ein ganz winzig kleines Teilchen, das so groß ist wie eine Erbse und das ist der Kontrolleur von deinem Herz und wenn das kaputt geht, dann egal wie groß das Herz ist, ist aus, du bist tot und im Gehirn hat der Descartes gedacht, wir müssten auch so einen Kontrolleur haben und das ist eben die Zirbeldrüse, auch so ein winzig kleines Ding, aber das ist das Zentrum, der Kontrolleur von Bewusstsein, von diesem höheren Bewusstsein vor allem, wo das Herz eigentlich deinen ganzen Körper verwaltet, für Blutdruck und für Strom irgendwie sorgt, ist dein Gehirn dazu da, sich auf dieser geistigen Ebene auszubreiten und das zu verwirklichen in der Matrix und beide müssen zusammen funktionieren und erst wenn du dich anbindest, erst dann und dann merkst du einfach, wenn du was siehst in der Welt außen, das nicht stimmig ist, mit diesem höheren Bewusstsein oder diese Kristallspirale, der auf diesem Punkt zutrifft, dann spürst du es einfach und es macht für dich keinen Sinn mehr, irgendwas ist da falsch, vielleicht kannst du es nicht logisch erklären, aber du spürst es erstmal und viele Leute fangen mit ihrem Erwachenprozess da an diesem Punkt an und fangen dann an, Sachen geistig zu hinterfragen, ja, intellektuell zu hinterfragen und dann finden sie die Beweise für das, was sie spüren, weil das, was du spürst, ist eigentlich deine Seele, dein Inneres. Du hast es gesagt, du hast es genau auf den Punkt gebracht, wie ich es auch immer sage und schreibe, es ist wirklich so, mit dem Intellektuellen kannst du es nicht greifen und begründen, wer im Verstand bleibt, kann es niemals verstehen lernen, weil er es nicht fühlt. Weißt du, ich habe auch über Jahrzehnte hinweg mir unglaublich viel Wissen angeeignet, sehr viel Wissen, aber ich hatte ein Problem mit mir selbst. Ich hatte das Problem, dass ich es nicht fühlen konnte. Ich wusste durch Intuition, dass ich auf dem richtigen Pfad bin, auf dem richtigen Trip, auch wegen mir Geschichtsfälschungen zu offenbaren in den vielen Büchern, die ich geschrieben habe, aber ich hatte ein Problem. Die konnte ich meinen Zuschauern in langer Jahre nicht sagen. Ich konnte es nicht fühlen. Und dann hatte ich eine Initiation, ein Erlebnis vor einigen Jahren und hatte die bedingungslose Liebe fühlen dürfen, einmalig, also wirklich bedingungslos, die wirklich die Schöpferkraft an sich. Es war so unglaublich, man kann es nicht in Worte fassen, dass ich heute noch davon zehren kann und mein Leben, auch mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meiner Familie, kein Vergleich zu dem ist, das jemals vorher existiert hat in der jetzigen Inkarnation. Wir gehen viel respektvoller, viel achtsamer, viel liebevoller miteinander um. Das ist unglaublich. Und seit diesem Zeitpunkt fing es auch an, dass auf einmal wieder Visionen kamen, dass Bilder kamen. Ich mache mittlerweile so und ich brauche zwei Sekunden, um angebunden zu sein und es kribbelt am ganzen Kopf. Und wenn ich Bestätigungen kriege, reagiert mein ganzer Körper. Und ich wünsche jedem Menschen, dass er das erleben darf, weil dann weißt du, was wahres Wissen ist. Nämlich die Verbindung von deinem Intellektuellen mit deinem Herzen im Abgleich. Dass du es auch fühlen kannst. Und das ist so ein unbeschreiblich schönes Gefühl und ich erlebe aber jetzt im Moment bei ganz vielen Menschen, die von sich selbst behaupten, dass sie nicht spirituell sind, dass sie nicht sehr bewusst sind, dass gerade die oft erlebt haben, die genau in diese Richtung gehen. Sie können es nur noch nicht richtig benennen. Aber wir leben tatsächlich in Zeiten jetzt momentan, wenn jemand einen offenen Geist hat und ein offenes Herz, dann wird es fast schon von ganz alleine kommen. Und das ist so exponentiell, wie sich das in meinen Augen auch in der Zukunft noch entwickeln wird, die nächsten Jahre, wie wir es vielleicht schon lange, wenn überhaupt jemals, erlebt haben. Ich weiß es nicht. Aber ich beobachte das täglich und das ist wesentlich intensiver als noch vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten. Es wird intensiver. Ja, ich glaube, für mich persönlich war das auch immer, es gab einen Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, meine Umgebung nicht mehr als etwas Fremdes zu betrachten, das da draußen ist, sondern eine Erweiterung von mir selber. Und dann habe ich mich gefreut, auf was für eine Begegnung ich haben würde, weil ich sie anders betrachtet habe ab dem Punkt. Ab dem Punkt waren alle Informationsquellen durch Personen oder wo auch immer Botschaften von meinem Hören selbst. Ich musste sie nur drauf, ich musste sie nur als solches erkennen. Und vielleicht verstehst du nicht genau, was die Bedeutung von dieser Botschaft ist, als du sie erlebst. Und dafür haben wir ja ein ganz besonderes Organ in unserem Körper und das ist eben der Hippocampus. Und dieser Hippocampus ist dafür da, diese Erinnerungen in Bilder umzusetzen und in dem Gehirn abzulagern, abzuspeichern. Jeden Tag wachsen neue, was Michael Nils als Indexneuronen bezeichnet. Das sind diese neue neuronalen Zellen, die die täglichen frischen Erlebnisse auffangen und am Abend, wenn man schläft, werden die dann abgelagert. Und dann kommt dann der Zeitpunkt, wo sie Verbindungen machen zu den Sachen, die schon vorher abgelagert wurden. Wo du dann mit diesem Rapid Eye Movement, diese REM-Phase, weil deine Augen bewegen sich, weil du die ganzen Verbindungen irgendwie sehen oder verstehen. Und dann am nächsten Tag wachst du frisch auf und neue indexneuronale Zellen wachsen und das Ganze fängt von vorne an. Und wenn du das dein Leben so betrachtest, als nicht durch Zufall, sondern jedes, was du erlebst, hat eine andere schamanistische Bedeutung auf einmal, dann nimmst du sie anders als eine andere Qualität des Lebens tritt ein. Das Schräge und das Gefährliche, das wir jetzt gerade durchmachen, ist, dass diese dunkle Seite alles tun will, um zu vermeiden, dass wir auf diese Kenntnisse kommen. Weil nur so können die uns stoppen. Weil es ist eigentlich prädestiniert, dass wir alle diesen Punkt erreichen, wo wir diese erweiterten Sinne erleben und wahrnehmen und integrieren in unserem Leben. Weil irgendwann jeder, du kennst es sicher auch, jeder, der aufwacht, irgendwann, wann immer es passiert, bei mir ist es, du hast es ja schon seit sehr früh in deinem Leben erlebt, bei mir war das so, um zwölf, dreizehn fing ich an aufzuwachen, meine Augen, meinen Kopf aufzuknacken und ich habe alles anders betrachtet. Und du hast einfach, viele Leute haben diesen Anlauf noch nicht, aber kumulativ baust du eine gewisse Energie auf und irgendwann mal bist du dann nicht mehr erreichbar von der anderen Seite. Weil du siehst es, du siehst durch, du siehst durch das Spiel und jeder, der auf dich zukommt, ich sehe das nicht mehr so, dass das die Bösen sind und das sind die Guten. Ich sehe das nicht so. Für mich sind die parasitären Eliten, das sind nur eine Erweiterung von dem menschlichen großen und ganzen Wesen, das ist diese dunkle Seite der Menschheit. Jeder von uns hat eine dunkle Seite. Jeder hat diese Gedanken, diese dunklen Gedanken und jeder hat in seinem Leben sicher auch mal was Böses getan, irgendeine, für Jungs waren es, dass sie dann Käfer hochgejagt haben oder was auch immer. Aber es gibt verschiedene Wege, wo man diese dunkle Seite, aber es gibt es auch auf größerem Maß. Und so sehe ich halt, dass diese parasitäre, große, dunkle Macht da draußen ist einfach das erweiterte, dunkle Aspekt der menschlichen Geistes, des gesamten menschlichen Geistes. Und es will natürlich versuchen, uns da zu halten, weil es ist eben, wie du sagst, der Weg von dem wenigsten Widerstand. Ja, also was am wenigsten wehtut, ist, you know, ist keine, das ist nicht diszipliniert. Und wenn du aufwachst, dann musst du gewissermaßen diszipliniert mit diesem Gedanken umgehen. Du verstehst nicht vielleicht, was es bedeutet. Und das, darauf wollte ich eigentlich vorher hinaus, wo ich jung war, ich verstand nicht, was das alles bedeutet hat. Und jetzt, viele Jahrzehnte später, auf einmal checke ich, oh, gut, dass ich durchgehalten habe. Ich habe es damals überhaupt nicht verstanden, aber langsam und sicher kommen mehr von diesen Verbindungen auf einmal zusammen und machen einen Sinn. Mein Hippocampus hat diese alle schön organisiert und hilft mir, das jetzt so einzusetzen, dass ich mit den stressvolleren und gefährlicheren und verrückteren Sachen in der Welt, die sich im Maße beschleunigen und in der Qualität noch intensivieren, damit man damit umgehen kann. Weil sonst dreht man eigentlich, man könnte eigentlich durchdrehen, wenn man sich das alles als sensibler Mensch da draußen in der Welt jetzt anschaut. Und das Letzte, was ich sagen wollte in diesem Zug, war eben, was Michael Nils auch gesagt hat, ist, dass wir, er hat erlebt oder hat durch diese Studien nachvollzogen, dass der Hippocampus seitdem Betelgeuse abgebaut hat oder überhaupt nicht mehr funktionstüchtig ist. Und das ist ein gefährlicher Punkt, mein Freund. Ja, und das ist ein perfekter Beweis dafür, dass tatsächlich diese Mächte in diesem Kampf sind. Das ist ein Krieg. Und das ist ein anderes Element von diesen Zeitlinien. Es ist ein Zeitlinienkrieg. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Das wird wie ein Krieg betrieben. Und die andere Seite, die zieht alles raus, das nur möglich ist, um jetzt im Showdown am Ende zu gewinnen. Weil sie wollen natürlich nicht, sie haben Angst, sich zu verlieren. Ja, das Ego, ja, weil es ist alles, das ist eine andere Eigenschaft, komplett Ego, ja, materialistisch. Das Ego hat massiv Angst, sich zu verlieren. Untertitelung des ZDF, die Mühle, die Mühle, sich zu verlieren,